Oh guck mal, wo ich rausgekommen bin, da kann man auch noch ein anderes Straßenrennen fahren, gehört nämlich auch zu den Nebenmissionen. Hier gibt es nämlich auch verschiedene Straßenrennen, wenn du die illegalen alle fährst. Können wir jetzt gleich mal zum Abschluss dieser Folge machen vielleicht. Nein, das wäre so. Was, wo ist es? Das wäre so. Das wäre so. Ich höre jetzt mal aufzutabern. So. Ah, wir fahren Klasse B Autos nur, okay. Klasse B. Das Spiel hat eingeteilt von Klasse A bis D. Ah, okay. Du hast eine Vorgabe, du musst eine bestimmte Anzahl von Rennen in allen Klassen fahren. Wenn du ein bestimmtes Archivment willst. Okay. So. Also, eine Runde und es gibt sechs Fahrer. Das ist so ein Checkpoint-Rennen. Ah, okay. Du musst das zwingend gewinnen, um das zu bestehen, oder? Ja. Oder reicht es auch mit zweiter Beschwörung? Nein. Man muss erster werden. Aber man kann Autos auch wegrammen während des Fahrens. Und man kann auch im Gegenverkehr fahren und kann es die anderen dann reindringen. Ah, okay. Ich bin ja schon dritter gerade. Ich bin ja schon dritter gerade. Warte, warte, warte. Ohohohohohoho. Hast du denn gesehen, wie der eben abgedreckt wurde? Der hat es gepretzelt. Aber hallo. So, ich bin gerade auf dem ersten Platz und wir haben ca. 50% des Rennens durch. Oh, hier läuft schon wieder so Kratzenmusik, ey. Ja, es kratzt wieder eine scheiße Gegenverkehr. Jetzt machst du wieder eine Leine. Ne, aber ach komm. Jetzt aber, gell, also jetzt. Ja, mit Sicherheit, mein Freund. Möge er aufhören zu zaubern. Ja, du weißt ja noch, Kirak hat ja die Hamster gepackt, ne? Ja, ja. Hamster! Identist. Scheiße, das Rennen ist gleich vorbei. Und du bist vierter? Solche Wichser, ey. Oh, jetzt sind die Mongos. Oh, Mann. Das muss ich nochmal wiederholen, das war nix. Wäre ich nicht einmal abgedrängt worden, dann hätte ich sie ja auch noch gepackt. Ja? Ja. Pest, nicht Eischlaf. Nein, um Gottes Willen. Um Jattes Willen. Guck mal, hier läuft wieder so Katzenmusik. Okay, wir hören jetzt Fear Factory. Oh ja. Das passt bei einem Rennen eigentlich. Auf jeden Fall. Wie findest du Fear Factory? Nicht ganz passabel. Nein. Das ist jetzt was, wo ich unbedingt hören muss, aber ganz passabel. Besser als Cold Chamber. Ja, das auf jeden Fall. Ja, komm, wenn ich schlafe. Ja, ey, wo kommt der denn immer her? Das ist auch so ein Haruja-Wakugang, der immer von allen Seiten ausgeliefert kommt. Ja, komm, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Vorher lief die Runde irgendwie besser, bis ich abgedrängt wurde, ne? Scheiße. Naja. Noch, noch, noch. Ach komm. Scheißen Dreck Gegenverkehr. Genau an dieser selben Kurve ist es doch davor auch gescheitert eben. Ja, ja. Ich glaub da wird irgendwie ein Event getriggert, dass sie auf einmal alle kommen mit so Turbo Boost, Nitro Blast und PUM. Ja, wir haben hier Action Blasting. I'll be back here. So, quer. Wo ist denn der erstplatzierte? Das gibt's doch nicht. Ich bin doch schon so nah an dem dran. So ein Yadda. Toll. Ich hätte ihn beinahein geholt und dann hat er doch ganz kurz vor mir die Ziellinie erreicht. Machen wir noch einen Versuch und wenn es jetzt nicht klappt, dann versuch ich es irgendwann später. Also ich hab mir immer so zum Ziel gesetzt, ich mache erst mal drei Versuche. Okay. Sonst ziehe ich das zu sehr in die Länge bei dem letzten Versuch. Ja, ja. Kenn ich. Kenn ich. Hier läuft schon wieder so Katzenmusik. Jetzt läuft hier Trivium. Ja. Geht. 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 Ich finde, man könnte sie eh anhören als SLA Dying, die kann ich überhaupt nicht abhören. Mhm. Hast du ja Witt gekriegt, der Sänger ist jetzt verurteilt worden, ne? Ja, ja, ja. Dieser Depp aber auch, hey, und den Scheiß. Ey, der hat doch, der hat doch, der hat doch einen Auftragskiller angeheuert wegen seiner Frau, ne? Ja, ja, genau. Hätte doch mal Agen 47 angeheuert, dann hätte es wenigstens geklappt. Das wollte ich gerade sagen, ey, komm ich ja verurteilt, auf der E3 gibt es eine Meldung, Hitman 6 kommt bald raus. Ja, ja. Das Greenix war noch nicht fertig mit der Produktion, ne? Oh Mann, ey. Na ja, das war ja so aus religiösem Fanatismus raus, ey. Er ist schon irgendwie zu irgendeiner Religion bekehrt und hat dann gemeint, da hat er die wahre Bestimmung und nichts ist wahr, alles ist erlaubt und so scheiße, dann... Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, jawoll! Sag's doch auf Arabisch, ne? Wala, ala, waa! Wala, 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 oolum! Walau, oolum.... Wala, olum! Yadag! Yadag vom AlkaFelp. Ey, scheiße, ich war eben auf dem ersten Platz und dann bin dich wieder abgedrängt worden. Ja! Ja! Aber echt, ey. Rennen jetzt wieder? Erster? Ne, der ist schon im Ziel. Okay, das machen wir einen anderen Mal. Ja! ARD Text im Auftrag von Funk Die Rache der Frau Jude? Nein, Mrs. Chu, nicht Ju So, Chu, Chu In den vorherigen Folgen gab es nämlich eine Schießerei auf einer Hochzeit Bös Und alle sind hops gegangen dabei Hä, das ist asiatische Tradition, dass man sich nicht einmischen, das machen die halt so Ja Wie wir saufen, die ballern halt rum und enden dann Spaß noch zwei Minuten Ich dachte eigentlich, dass bei denen eher Martial-Art mäßig rumgeklopft wird Das auch, das auch natürlich Boah, was hab ich denn für ein lahmarschiges Auto hier? Scheiß, gucken wir halt mal kurz raus beim Fahren Ja, das mach ich, um gleich das Auto zu wechseln beim Fahren Ja, ja Am besten noch ein bisschen trocken nebenher, das ist ein Asiata, leck mich am Arsch Boah, boah, oh, Motorrad, kannst du auf dem Motorrad jumpen? Nee, man kann nur vom Motorrad in den Pkw rein, aber nicht umgekehrt Achso, und jetzt hast du ein besseres Auto? Ja, es fährt auf jeden Fall schon mal schneller Ich wechsel aber jetzt eh gleich wieder, wenn ich noch ein schnelleres finde Das ist schneller Da gibt es hier irgendein Achievement, so so 50 wechselnd in 3 Sekunden oder so Ne, 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 aber 10 Stück, hab ich auch schon gemacht, alles Da muss es doch irgendwelche Running Gag Trophäe geben Gibt es da? Ist da Asiata Janine oder so, irgendein Oh, Machine Head, Locust läuft jetzt Oh, okay Das ist eigentlich eine gute Band Maschinen, die auch? Also, die haben schon ein paar Übersongs Ein paar Ein paar Ein bisschen Ein bisschen, ah ja, wei, ein bisschen, gell Ein bisschen Oh je Oh, der Gegenverkehr Weißt du, hier fahr ich immer auf der rechten Seite, aber bei GTA und sowas fahr ich immer auf der linken Seite Jaja, das ist generell Gegenverkehr macht einfach mehr Spaß Ja, genau Das ist bei Watch Dogs vor allem lustig, wenn die Cops hinterher sind und du hackst dann einfach mal so Poller Ja, dass die unten rausgefahren kommen und die... Ja, alle Und dann geht's in Zeitlupe ab und BOOM Ja So Oder über die Ampel, okay Cuts in Zeit Cuts in Dann reden wir nichts Ich bin jetzt ruhig Ab jetzt Ich schweig wie ein Grab Pssst Mrs. Chiu Ich war gerade vorhin, um zu sehen, ob es etwas war, was du brauchst Ich... Ich weiß, es ist keine Konzellation Aber ich muss nachdenken, einen von der Kirche von der Kirche Ich will find ihn Und ich will make him tell me who's responsible Das ist nichts Du hast ihn Du hast ihn Du hast ihn Du hast ihn gesehen Du hast ihn Du hast ihn Ich will so was war das für eine big bahama ja bei der hochzeit bei der hochzeit ist ihr sohn erschossen worden und ihr sohn war der bräutigam und der ist am trauertar niedergeschossen worden das ist der hier auf dem foto und wir sollen jetzt den finden der verantwortlich ist ich brauche das spiel oh ne scheiß so wir müssen jetzt johnny ratface auch schon wieder dran ihre trianguline komm jetzt lach mich doch da wird nach der zeit ab er doch er doch er kämpft weil es kann gab es eigentlich mal ein together zwischen herr lück und andy ich glaube ja was hat man unterschieden rausgehört ich wollte gerade sagen willkommen willkommen aufs zaubern ich bin der handi ich stehe lück tschau tschüss sehr lück hatte glück hey is this up is johnny ja oh man hey jetzt muss wieder triangulieren aber ich hab's jetzt kapiert wie es geht soo 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 ich glaube ich hab schon welche hm 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 ja ich glaub da liegs richtig ich hab beim schon aufgepasst soo wir müssen jetzt zu johnny's versteck fahren weil johnny ratface So heißt der wirklich? Das sind das Namen, Alter. Hier gibt es auch andere, wie zum Beispiel BigSmiley oder DogEyes. Ach du Schande. Ja, wo läuft es mich denn das Navi hin? Das war so asiatische Seitenstraße, weißt du? Das, ich glaube, das war doch asiatische Hauptstraße. So klein sind alle, gell? Das ist asiatische Highway. Das ist jetzt kein Witz. Aber man hat als Stunt-Double für die Hobbits bei Herr der Ringe kleinwüchsische asiatische Frauen genommen. Das ist jetzt kein Witz. Ich habe das in dem Making-of gesehen. Alter. Na ja, gar. Die muss man nicht kleiner machen. Aber dazu noch kleinwüchse Asiaten. Wie klein sind denn die? Gänseblümler groß. So, das war Johnny Redface. Den müssen wir jetzt versuchen zu schnappen. Johnny Menstruationsgesicht. Nur das Gefühl, die fängt jetzt gleich eine Schlägerei an. Gleich wieder. Oder eine Schießerei. Besiegen Sie die Schläger, okay. Erstmal die Schläger. Ja, komm. Schlaf mich halt. Ah, guck mal. Du hast dein Auto nicht richtig abgeschleppt, Bursche. Boah. Bäm. Dem sei Fressiver. Matsch. So, hier ist noch eine Ratschkreuze. Komm her. Wie es abgeht. Ah ja, immer schön durchgehen. Ah, hier ist noch eine Umgebungskill. So, Müllentsorgung. Müllabfuhr. Wir sind die vier von der Müllabfuhr. So, Andis Job. Ja, ja. Ah, noch mehr Schläger, okay. Oh, eine Umgebungskill. Telefon. Warte. Nein. Stromkaste. Stromkaste. Aber der ist davor kaputt gegangen. Na gut, der nächste hilft. Komm. Der zahlt Stromrechnung nicht bezahlt. Oh, echt? So handeln das die Asiaten. Weißt du, was eigentlich geil wäre? Äh, kennst du die Spielreihe Yakuza? Mhm. Nicht? Nein, kenn ich nicht. Oh, hast du was erfasst? Ich kenne die Mafia. Nee, du musst mal die Yakuza auch nachholen. Gibt's für die PS2 und PS3-Spiele. Okay. Und die haben auch so ein schönes Kampfsystem gehabt, ne? Aber die bräuchten echt mal einen neuen Teil auch in Open World, Manni. Oh. Ist das Open World? Das hier ist Open World. Nee, Yakuza war... Nein, ich mein... Ich mein Yakuza. Äh, einiges. Ja, aber nicht alles. So, jetzt geht's eine Schießerei. Und jetzt kannst du mal gleich den Bullet Time-Effekt sehen. Oh, ja. Wenn man... Wenn man in dem noch einen tötet, dann wird der verlängert. Ah, kannst du quasi eine ganze Serie hinlegen. Jo. Wenn Glück hast. So. Jetzt muss ich mich zu diesem Johnny da durchschlagen. Nehmen wir erstmal neue Waffen auf. Äh, neue Muni. Oh. Weil ja, weil viele Schüsse verträgst du nicht. Weil ja, sie hatten, die sind ja eher gut nur im Faustkampf. Ja, ja, sowieso. Bei, beim... Bei den Kugeln ausweichen wieder. Ich mein, das kann der so wie Neo. Ich mein, der hat's ja Neo beigebracht, Matrix. So in etwa. Na, wo ist der nächste? Wer schießt denn hier noch? Da gibt's doch sicher... Da gibt's doch sicher Senfcon-Projektile, oder? Natürlich. So, aber jetzt hab ich erstmal ne neue Waffe. So, jetzt gibt's Asian Rampage, Alter. Ja, das ist der asiatische Max Payne. Ja, aber echt. Das sieht so geil aus, wenn der in Zeitlupe, äh, nachlädt. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hohohohohoho. Das sind des alles gehackt. Alter, der guckt dabei wie der geflogen ist. Da war auch... Aber, hallo. Da war auch schön in der Umgebung ein bisschen zerstört. Hast du's gesehen? Aha. Zerstört. Ja, komm. zerstört oh das war geil wie der Eide geflogen kam so Johnny Redface versteckt sich gerade immer noch so ein Weakse wo ist der denn Helm? hat er den Helm in seinem Schritt? ich hab keine Ahnung das ist sein Crutchback größer aussieht oder was geht da ja so dann oh nein ich muss jetzt beim Fahren schießen das ist beim Motorrad ein bisschen schwierig aber man kann auch hier das war's das war das falsche Auto ich muss jetzt mal seine Bodyguards loswerden also alter so die haben wir gleich alle los und dann muss ich kannst auch so wie im GTA Style Reifen zerschießen und darauf hoffen dass die so rum eiern das ist hier noch keiner die fliegen dann weg guck mal die fliegen hier richtig weg so wie Michael Bay man die guck ja weil ich siehre grad ganz genau immer was du auf was du schießt weil ich hab im Prinzip Minecraft hehehe ist die Übertragung so schlecht heute oder was? ab und zu ist echt verpixelt so ein bisschen dann siehst du okay ja wahrscheinlich wenn zu viel los ist auf dem Screen es wird vielleicht aufhören nebenher hier Watch Dogs runterzuladen illegal scheiße 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 ich muss ich muss ich muss sein Auto kapern wo ist denn der? ah da vorne ja nicht den Hühnertransporter jetzt ist wie fährt der alter? ich kenn Menschen die scheiß in dieser halten so fährt der aber aber so fährt der wenn ich das hier machen will der hat hält noch auf und ne knack in der Hand es gibt Menschen die kacken in dieser Haltung und der fährt Motorrad so also ich muss jetzt auf jeden Fall eine konstante Geschwindigkeit halten weil sonst steigt der nämlich außen halt ab und wir haben jetzt das Auto gekapert in dem er auch mithockt und drohnen mit der Waffe dass er nicht abhaut beim Autofahren ah ok das heißt also nicht bremsen oder so irgendwas oder nicht allzulangsam werden ja sowas wie speeden ohne Bombe ja Ah, das ist schon geil gewesen, die Verfolgungsjagd, was da eben teilweise alles weggefetzt ist. Wie übel, he. Oh. Oh, oh. Big Mama. Alter. Wie abgeht die Alter? Das gibt's schon gar nicht. Das sind die asiatischen Mütter, Alter, wenn du das da verkackst. Ja, so in etwa. Okay. Die Triaden ordentlich hochgegangen, ne? Jo, aber das war ja auch eine Triadenmission. Ja, ja. Das war auf jeden Fall schon krass eben. So, was hätten wir denn als nächstes noch? Ah, ich bin hier in der Nähe von meinem Safehouse, dann kann ich dir nochmal schnell zeigen, wie eine Drogenratze jetzt abgeschossen wird. Weil wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja, äh, die eine Gang aufgemöbelt und die Kamera gehackt, aber das war's noch nicht alles. Weil man muss ja drei Schritte machen, was ich sag, und der dritte, der kommt jetzt gleich. Muss man gerade mal in ein Safehouse gehen. Und mir vielleicht mal das Blut ein bisschen abwaschen, weil wenn die Kops dich hier mit Blut sehen, dann rennen die manchmal auch auf dich los. Im Ernst? Ja. Hammer. Im Ernst und im Unendst auch. Im Ernst noch im Dieter. So, schnelle Reinigung. Das ging ja, Katzenwäsche, Katzenmusik, Alter, hier geht's ab. Ja, köp, köp, köp. So, und jetzt verbinden wir das Ganze mit unserem TV und jetzt schauen wir mal. Trian Aktivität ist im Central Bezirk, die muss ich alle noch machen, guck, wo hier keine Verbindung ist. Ui. Ja, ja, aber ich hab in den anderen Bezirken schon ganz viel gemacht, also ich bin noch nicht so lange in Central unterwegs gewesen dafür. Das sind jetzt die Ratschen, wo du aufgelegt hast, oder? Genau, und jetzt muss ich den Dealer identifizieren und dann der Polizei sagen, nehmt den Typ hops. Sieht man das auch noch? Wie ist ja das Mara, oder? Ja. Ich vermute mal einer von denen, der hier ist, oder? Verhaftung läuft. Jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Oh, 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 ja. Ja, sie kommen. Jetzt ist es gar nicht, pass auf. Warte. Ich krieg dann immer eine Rückmeldung, ob sie einen richtigen haben, oder nicht. Hallo? Hat sie es jetzt aufgehängt? Nein. Nein. Der Black Dragon. Nein. Redet sie nicht mehr. Das ist blöd. Das ist so scheiße. Nein. Nachdem wir also für Big Bahama Mama, wie ich sie Pest nannte, eine Mission abgeschlossen haben und im Max Payne-Stil der Asiatin des ARDs richtig um uns geballert haben, kommt es leider zum Game Freeze. Naja. Das war halt nur ein bisschen blöd, dass es mitten in der Aufnahme mit einem Gart passiert ist. Und jetzt noch nicht klar ist, ob wir die Polizisten ein bisschen unrichtig abschließen konnten. Ob uns das also gelingt. Und ab welcher Stelle mich der Spiel also wieder rauslässt, das erfahren wir beim nächsten Mal. Vergesst nicht, die Bewertungen in den Kommentar zu hinterlassen. Und ich bin hier raus. Peace out.